Barristan und Apodev. Zwei Kaoten folgen ihrem Weg. So, weiter geht's. Nicht ablegen lassen, ja. Kann ich eine Müdigkeit vorschützen? Vortäuschen, so? Ja... Ist ja egal. Was? Achso, okay. Okay, also wenn du dann trotzdem noch Stäne brachst oder so, ich hab ja noch genug. Also zurzeit reichen meine Mauern, ich hab sogar zwölfe über. Haben gern vorbei. Besuche mich. Forever alone. Besuche mich. Naja, ich komm gleich mal vorbeigeguckt. Yay. Ich hab aber bloß mein Feld zu weit fertiggestellt. So... Ach Gott, jetzt hab ich das für die Karottenfett. Jetzt möchte ich noch das letzte machen für... ...für das andere. Genau das. Ja, der Potato ist da. Kartoffeln. So... Zäune, Mauern... Ach nee, das... Ach komm. Jetzt schon ins ins gefressen. Das gibt's doch nicht. Panama passieren. Zwei Minuten... Zwei Minuten... Oh Gott. Zwei Minuten später. Ach nee. Ach nee. Mach alles nach, wa? Dortmund und Mainz auch ins ins ausgeglichen. Ja, die haben keine eigenen Ideen wie es, ja. Oh Gott. Kommst du aus deiner Haustür raus, ne? Was springt dir entgegen? Die Spinne. Oh man, nice. Oh Gott. Das missfällt mir aber auch. Na ja, gut. Okay, jetzt... Jetzt muss ich nochmal... Kannst du Kohle abgeben? Moment. Warte. Moment. Warte. Warte. Moment. Vielleicht müsste ich so oder so eine Höhlentournee machen. Didi-di-di. Äh, da, 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 wie viel brauchst du denn? Ich muss mal gucken, was ich noch aufzugeben hab. Haha. Ja, guck erstmal, was du selber noch hast. Mann, hast du viele Kühle mittlerweile. Alter. Ja, die vermerren sich. Das ist aber hier schon, schon Massenhaltung da. Das muss der... Du musst anmelden, Mäze. Du musst anmelden. Ja, das ist ne gesund für die Tiere. Daaaah. 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 Ne, sicher. Daaaah. Ich kann auf jeden Fall ins Deck, kann ich dir geben. Ich kann ins Deck ein Ding jetzt. Mach sie beaucoup, für mal dankt. Äh, warte mal, warte mal. Hier, 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 hier. Hallo, 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 hallo. Komm mal zurück. Da rein. Da kannst du dir ruhig stehen. Oben. Was du viele brauchst, kannst du eigentlich im Grunde alle nehmen, weil ich baue noch genug ab. Aber ich glaube alle. Ja, stimmt. Ich hab mir mal dreieinhalb Stacks genommen. Zeig mal deine Form. Ach, hier mit Weg. Das find ich cool. Könntest du ja sogar noch hier Steps rein machen. Ja, genau die Idee ist es so. Also die kommen nicht nur auf den Weg, kommen auch auf den Mittelgang hier. Weil da ist es nicht mehr so mit Hochjumpen. Also die erste Reihe ist hier Melon, dann Kürbis. Das, wo du grad drauf standst, ist Karotten. Und hier hinten kommt jetzt noch Dinge hin. Kartoffeln. Aber du weißt, dass Karotten und Kartoffeln... Ach ne, ja, das... Ne, okay. Ja, bitte. Ne, okay. Was, 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 was? Erzähl ruhig. Ne, du hast ja hier Melonen und Kürbis, ne? Ja. Die brauchen halt B-Falter zum Wachsen, das ist klar. Ja. Und, 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 aber Möhren und Kartoffeln, die brauchen ja nur nur E-Fel zum Wachsen. Ja, ich weiß, aber vorne habe ich ja auch schon... Hab ich vorne schon? Ach, vorne habe ich ja auch nur E-Fel, ne? Ja, vorne hast du auch nur E-Fel, ne? Ja, vorne hast du nur E-Fel, deswegen. Nein! Nein! Okay. Äh, okay, umdenken, umdenken. Ähm, okay, dann wird das erstmal wieder zugebaut hier. Ja, Baden! Okay, dann brauche ich doch weniger als gedacht. Siehste, ich habe dich vor einem Fehler bewahrt. Stimmt. Also kommt dann das weg. So, so. Jetzt brauche ich noch Stein. So, dann hier rein. Das hier wird eine Reihe Stein. Ja. Genau. Das wird Wasser. Ach Gott. Genau, das wird Wasser. Da passt das doch so. Von der Breite. Ne. Ne? Doch, hier kommt Wasser rein. Ich habe jetzt halt Keils einstecken. Ne, das habe ich einstecken. Na, ich hatte bis vor uns auch noch drei E-Mer einstecken. Ach so, du willst das so abschließend machen. Okay. Jo. Natürlich, weil dann meine Fackeln nämlich schön hinpassen. Hoffentlich reichen meine Steine. Alter. So. Das war's mit dem Let's Play. Nein. Nein. Auf, auf. Geh du dort rein. Geh rein. Nein. Ja, ja. So, die Decke muss ich noch weg. Äh, kannst du mir schon mal die Decke weghauen? Dann hol ich nämlich schon mal einen guten Stein. Ach ja, du meinst. Die Erde rauskrieg. Äh. Ja genau, bloß die Erde weg. Kann ich ja nicht schicken. Gut. Luft. 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 Wunderbar. Fluchtversuche. Und hier willst du bestimmt auch guten Stein rein machen, hä? Ja. Ja. Jetzt lass mal schnell ein Steak verknosen. Verknügel spunked. Jetzt noch fix das Wasser hier rein pumpen. So. Boah. Mal bisschen Ordnung hier machen, hä? Wie die Fackeln. Was? Ah ja, ich hab da bisschen Ordnung hier rein gemacht. Ah ja, ich hab da bisschen Ordnung hier rein gemacht. Die kommen sowieso noch ab, weil die haben alle eher Freienfolge. Ne, ne. Mach die nicht. Egal, ich hab das jetzt so gemacht. Ja, okay. Bleib ruhig, Mann. Ich hör schon wieder Zombies. Okay, vielleicht sind sie doch deutsch. Okay, vielleicht sind sie doch deutsch. Ja. Hm. Nein. Mein Freund. Nein. Boah, jetzt hat's aber. Siehst du? Ich bin gar nicht so blöd wie du aussiehst. Naja. Naja. Das stimmt. Das stimmt. So, da, dann da, dann da. So, ich geh. Boah, stimmt ja. Okay. Boah, 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 boah. Boah, boah, boah. Wie du auch nennst. Tschüss. Dann, da eine und da eine. Wunderbar. Boah, dass Marc jetzt so. Fackle Overkill sag ich da. Boah, moah, ähm. Boah, Hilfe. Die Apokalypse ist ausgebrochen. Ein Zombie. No, einer. Stirb, stirb. Bist du gerade bei mir irgendwo? Nene, ich schluf gerade nach Hause Okay, ich dachte schon... Okay, da war das ein anderer Zombie Ach, denn du hörst, wenn du bei dir rausgehst? Nee, der ist gerade eh noch gestorben Ach so Der ist gerade ein Zombie gestorben Der liebe Zombie, der seiner Freundin alles holt Der ist tot Obst du die Idee? Brauchst du noch Pflastersteine? Ich hab mir schon welche genommen Ja, ich meine Ich kann dir aber noch welche vorbeibringen Lieferservice? Ja, Pflastersteine Lieferservice Aber vor allem Weil ich mir noch Musik an war Nachwechsel Und zwar? Keine Ahnung Gangnam-Stil Aber ja Hörst dir auch so gerne an wie ich, ne? Ja Ja Schöne ich lieber mit Romney-Style an Das ist okay So wie gestern bei bei iTunes das mal auch noch geladen Das müsst ihr euch echt mal angucken Meine Freunde Mein Braun da Das ist cool Ähm Oh Gott Was? Romney-Style Alter Feige Was? Romney-Style Was? Weißt du hörst du grad an oder was? Ne Da hat doch bestimmt auch wieder die GEMA ihre Finger im Spiel Wer? Die GEMA Die GEMA Die Böse GEMA Die GEMA Ich hab ne Karotte Huh Sie hat ein Skeletner Karotte fallen gelassen Ne Karotte? Karotte Ach ne Karotte Ne Möhre Oh Gott Ich hab Karotte verstanden Wird gleich mal angebaut dass ich dann mehr hab Achh Wenn ich mich cool Wo hab ich denn Ah hier Melonen hab ich Hä 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 Häа Hä Hää Kä 1999 Tut mir zum Beispiel Kriege So las geht die Mistische Wildarbeit ich habe eine karte karotte in der karottenkopf der kartenkopf stimme ich dazu fehler gebaut ich muss das ganze haus abreißen er könne natürlich auch sterben gut ich könnte aber das wasser einfach einfach ein dingens half steps übersetzen kunst du machen das sieht natürlich kack aus dann hießt es wieder ja da hast du vom krank geklaut boit oh gott jetzt habe ich ja eh ein stehender falsches es ist mir ist mir übrigens gar nicht bewusst geworden dass er das ja auch gebaut hatte damals ja ne aber es hat ja die zeit wieder aktuell weil ich ja nicht verfolge deswegen weiß ich nicht es ist gerade schöne hintergrundmusik Ja, schön ruhig, schön ruhig von Red Dead Redemption, schön ruhig, so Melone, Melone, er hat Melone gesagt, nein ohne dieses höhöh, Megusta, Ah verdammt, Dammit, Ah ok, ist zu dunkel, alles klar, AUK, Ok, dann ziehe ich sich jetzt einfach immer noch in der Mitte in der Fackel, Da fackelt er nicht lang, meine lieben Zuschauer, Na, sonst haut's mir ja das Zeug raus, Da hin, Und da hin, Wie da haut's mir so raus, Wie nennst du das jetzt? Ok, die Form ist soweit fertig, Solange ich noch keinen Klaus suchen hab, Du bist schon ein kleines bisschen da, ne? Melonen sind angepflanzt, Kürbisse, Äh, Karotte kann ich mir doch dann bestimmt mal eine von dir ausbogen, Ja, sobald wie die gewachsen ist, Kommst du auch irgendwas dafür, was du möchtest, Können ja Tauschgeschäfte machen, Ach wie du doofbewohner, Ja, genau, So never, Ich glaube, wenn ich hier so ein Step drauf setze, Das sieht doof aus, Ja, das sieht doof aus, Da warte ich bis ich, Die Steps machte man, Bis ich Serusen finde, Ach so, ok so, Wie viel Steps brauche ich denn? Einhundert Millionen, Wie das zu sagen wie ein kleines Kind, 4,5,6, Ich lass mal bei, 6, Ich lass mal bei, 6, Und es sind zu viele Sünden, Was zu viel ist, ist zu viel mein lieber Freund, Ah, meine Freunde, Mein, meine Freunde, Schreibt so in die Kamera, Boah, Schweres wurde, Ach ne, jetzt kann, Oh Gott, jetzt kann ich hier ja ne meine, Ok, ich kann hier keine Fackel drauf blenden, Das missfällt mir, Sag mal, ähm, Tropenbäume hast du noch keine in der Hand, Zufällig? Äh, muss ich gucken, Aber ich bezweifle Das missfällt mir, haha Ich will nur noch ganz kurz mein, Die Dinger verbraten, Dann gucke ich mal